Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schox und merkt euch gleich mal, kommenden Sonntag, den 25.01.2015 vor und zwar ab dem Zeitpunkt wird wieder ein regelmäßiger wöchentlicher E-Sport Report bei mir kommen, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, kann ich euch versprechen. Auf jeden Fall, ich werde dann den E-Sport Report wieder bringen, ich weiß nicht ob meine Grafiken bis dahin fertig sind, aber mir ist es mittlerweile ein bisschen zu doof zu warten und es passiert in letzter Zeit auch extrem viel, wie ihr gleich sehen werdet, ich glaube ich habe jetzt schon eineinhalb Wochen kein Infovideo mehr gebracht und jetzt haben wir einiges nachzuholen heute, ist aber auf jeden Fall sehr sehr interessant für euch, aber wie gesagt, ab nächster Woche ist das wieder ein regelmäßiges Ding, könnt ihr euch darauf einstellen, dass hier auf dem Killerfish Call of Duty Kanal wieder ein E-Sport Report kommt Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Weltmeisterschaft 2015, viele von euch haben sicherlich mitbekommen, dass die World Champs announced wurden und hier auf dieser Seite, auf der MLG Seite findet ihr eigentlich alle wichtigen Sachen, wie die Regeln und wo man sich registrieren kann, wie die genauen Daten sind. Die deutschen Qualifiers sind in zwei Wochen bzw. in eineinhalb Wochen, am 31. Januar und 1. Februar, ist es Samstag und Sonntag für die deutschsprachigen bzw. für die deutschen Spieler. Und hier findet ihr auch noch den offiziellen Call of Duty Champs Trailer, ich packe euch das unten mit in die Beschreibung, den Link, dann könnt ihr euch das selber mal in Ruhe durchgucken, da es relativ viel ist. Was ich noch dazu sagen kann, die Call of Duty Weltmeisterschaften in Los Angeles werden vom 27. bis 29. März 2015 stattfinden. Es wird wieder Regional Finals geben, also sozusagen EU Champs und natürlich für die anderen Regionen auch. Bei uns sind es halt dann die Europameisterschaften, die Ende Februar, Anfang März stattfinden werden. Dafür gibt es noch kein offizielles Datum. Alle Spiele werden natürlich auf mlg.tv gestreamt, aber da informiere ich euch dann, wenn es soweit ist. Und es nehmen natürlich wieder 32 Teams aus aller Welt teil. Es haben sich schon auch einige für die Regional Finals qualifiziert, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist. Am 16. Januar hat Fabe Torres bekannt gegeben, dass er ein Free Agent ist für die Call of Duty Champs. Das heißt, er sucht nach drei Spielern, mit denen er spielen kann. Hintergrund ist, was ich mitbekommen habe, dass Rush, ein Spieler von Fabe Games, bei Epsilon Esports Probe gespielt hat, da die ja auch noch einen Spieler suchen. Und somit hat sich das Team irgendwie aufgelöst. Ich weiß nicht, ob er bis jetzt schon ein Team gefunden hat. Auf jeden Fall ist er Free Agent da und schreibt hier noch in dem Tweet, dass er aber bei Fabe Games bleibt. Auch Stunner Gaming, die ja zweiter in der UMG Orlando waren, haben nun ein vollständiges Team für die Call of Duty Champs. Zwei Spiele, von denen waren ja noch 15 Jahre alt. Die sind jetzt erstmal raus für das Stunner Champs Team. Und somit besteht das momentane Stunner Team für die Call of Duty Champs aus Perplex, aus Vext, aus Prof. Legal und aus Prof. Fierce. Beide von Prof. zu Stunner für die Call of Duty Champs gewechselt. Nile Esports und Envys haben ihre Spiele getradet. Das heißt so viel, dass einfach verschiedene Spieler zwischen den verschiedenen Organisationen hin und her getauscht wurden. Und somit sind Zuma und Saints nun zu Envy gewechselt mit Merc und Nameless in Zukunft an der Seite. Und J-Cab und Glaser sind jetzt nun bei den Nile Esports, auch für die MLG Season 1 natürlich nur. Und ich denke auch mal für die Champs, wobei man bei den Champs-Team wirklich noch nicht sicher sein kann, da dann auch vieles passieren kann. Und somit haben die diese Spieler auf jeden Fall für die MLG Season 1 getradet. Auch die europäische Organisation Orbit, die ja schon des Öfteren wie Evergaming zum Beispiel ein NA-Team am Start hatte, hat sich wieder ein neues NA-Team geholt. Und meiner Meinung nach ein sehr sehr starkes mit Sinfula, Twizz, Huddle und Silly, wie man hier sehen kann. Und die werden natürlich auch versuchen mit der Konstellation an den Call of Duty Champs teilzunehmen. Nachdem Spacely bereits ja Elevate verlassen hat, da er nicht an den Call of Duty Champs teilnehmen darf, aufgrund seines Alters, hat auch Killer beschlossen, dass er Elevate verlassen wird und ist jetzt auch Free Agent für die Call of Duty Champs. Auch Axe hat sein Team verlassen, er hat den Face-Clan verlassen und hat bekannt gegeben in diesem Tweet am 18. Januar, dass er für die Call of Duty Champs mit Slasher, Enable, Team wird und dass sie noch für einen vierten ausschalten. Dann kommen wir mal zu den ersten Regional Finals, beziehungsweise zu den Qualifikationen für die Regionals. So muss man sagen, die ersten australischen Qualifiers waren bereits und es haben sich die ersten drei Teams qualifiziert. Einmal ein relativ unbekanntes Team, das Team Trident. Das zweite Team, wie man hier sehen kann, ist Plantronic Mindfreak, sollten viele von euch noch kennen. Wir haben gegen die auf der ESWC 2014 gespielt, in Call of Duty Ghosts noch. Und das dritte Team ist jetzt hier nicht mit aufgeführt, ist Trident Team One Daughters, kennen sicherlich auch noch einige von euch, gegen die haben wir letztes Jahr auf den Call of Duty Champs gespielt. Die hatten die in der Gruppe, die wurden auch letztes Jahr fünfter auf den Weltmeisterschaften, also auch ein sehr, sehr starkes Team. Des Weiteren haben sich ja auch noch hier Event Gaming und Integral Nation für die australischen Regionals qualifiziert. Somit sind die ersten fünf Spots für die APAC Regional Qualifiers an die australischen Teams vergeben. Kurz zur Erklärung, es läuft bei den australischen Qualifiers so, dass es eine APAC Regional Finals geben wird. Da sind fünf australische Teams dabei, zwei Teams von Hongkong, Taiwan und Singapur, genau Singapur war es. Und dann ein Team noch von Neuseeland. Das ergibt dann in der Summe acht Teams und diese acht Teams werden auf diese APAC Regional Qualifiers reisen. Und soviel ich weiß, wenn ich nicht falsch informiert bin, werden dann auch zwei Teams auf die Call of Duty Champs reisen. Des Weiteren haben sich bereits auch vier brasilianische Teams für ihre Regional Qualifiers qualifiziert. Das sind unter anderem SSOF Gaming, Classic Gaming, Team Dogs und Brasilia. Brasilia. Insgesamt können sich acht Teams von Brasilien für deren Regional Qualifiers qualifizieren. Und jedoch kommt von den brasilianischen Teams am Ende wirklich nur ein Team zu den Call of Duty Champs. Ja, wie ihr sehen konntet, ist wieder einiges passiert in der letzten Zeit. Und ich denke, das wird jetzt auch nicht weniger werden aufgrund der Call of Duty Weltmeisterschaften. Deswegen finde ich, es ist eine gute Idee, dass wir mit dem eSports Report schon wieder anfangen, dass wir den wieder regelmäßig machen zusammen. Und auch wenn die Grafik noch nicht fertig sind, egal, hauptsache ihr seid informiert. Und ich habe übrigens die ganzen Informationen hier von Desert to Germany, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ich werde euch das unten auch mit in die Beschreibung verlinken. Dort findet ihr im deutschsprachigen Raum immer alle News als allererstes und dann natürlich hier bei unserem Killerfish COD Channel. Und ansonsten bedanke ich mich für das Zuschauen. Wenn ihr euch auf den kommenden eSports Report freut, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst mir einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir hören dann aller, aller, aller spätestens am Sonntag beim eSports Report wieder voneinander. Bis dann, ciao, servus, euer Schock.